Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, Dich heute bei der sechsten Folge mit dem Titel Wein, der schäumt, begrüßen zu dürfen. Ja, nach der langen Sendung vom letzten Mal mit knapp zwei Stunden über Weinqualität widmen wir uns heute ein neues Thema, nämlich der spannenden Welt des Schaumweines. Das wird eine Miniserie werden von drei Teilen und heute geht's los mit einem Sekko und einem Sekt aus Würzburg mit Flaschengärung. Ja, Schaumwein ist eigentlich ein Thema für sich. Schaumwein ist zunächst mal ja das Gegenteil von Stillwein. Stillwein ist das, was der Normalsterbliche einfach als Wein bezeichnen würde, nämlich Wein, der nicht schäumt und nicht aufgezuckert ist und nicht aufgespritzt ist und eigentlich ein ganz normaler Wein ist, also Stillwein. Und jetzt geht's eben ab heute und die nächsten zwei Folgen dann um Schaumwein. Ja, was gibt's für Änderungen bezüglich Podcasts? Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass jetzt mit der fünften Episode, mit dem Mini-Jubiläum, ein gewisses Konzept sich abgezeichnet hat. Aber ich musste jetzt natürlich feststellen, es gibt immer wieder noch kleine Verbesserungsvorschläge und auch Verbesserungswünsche meinerseits, wo ich einfach merke, hier und da kann man es euch eigentlich noch ein bisschen leichter machen, dieses Thema mitzuverfolgen und auch die Daten verfügbar zu machen. Das heißt, ab nächster Folge werde ich für jeden besprochenen Wein eine Verkostungsnotiz zum Download anbieten. Die Weinbeschreibung, die er dann dort findet, ist im Prinzip mehr oder weniger eine zusammengefasste schriftliche Version von dem, was ich hier zur Besten gebe. Dazu wird es dann einen eigenen Blogbeitrag zu jedem Wein geben, der dann eben als Link die Verkostungsnotiz als PDF dann enthalten wird. Dazu habe ich auch die Excel-Liste mit der Wein- und Bücherübersicht nochmal ein bisschen überarbeitet. Und zwar mit dem Wein schon in den ersten Folgen beginnend hat jetzt jeder Wein eine fortlaufende Nummer und die Nummer steht dann eben in der Excel-Liste, ist aber dann auch eindeutig und einheitlich für den betreffenden Wein über alle Medien hinweg. Also die Nummer findet ihr in der Excel-Liste und ich nummeriere die Weine dann in den Verkostungsnotizen so, wie es sich aus der Excel-Liste fortlaufend ergibt. Dazu gibt es jetzt auch eine neue Homepage-Struktur bei mir betreffend des Podcastes. Also ich habe ja die Startseite Weinpodcast.de. Dort landet ihr dann auf der Podcast-Seite auf meiner Homepage. Dann gibt es die Unterseite ja alle Episoden. Dort findet ihr jetzt in Zukunft nur noch tabellarisch die Dauer, Veröffentlichungsdatum und den Titel der Sendung. Und es gibt jetzt eben noch eine zusätzliche Unterseite, die nennt sich alle Weine und Bücher. Dort ist dann tabellarisch eben nochmal aufgeführt, welche Weine wir besprochen haben und welche Bücher in jeder Sendung. Und dort ist dann in Zukunft auch die Excel-Liste zum Downloaden dabei. Genau. Was gibt es sonst noch Neues? Wenn ihr jetzt die Sendung hört, am 23. März wird die veröffentlicht. Dann ist die wichtigste und größte Weinmesse der Welt in Düsseldorf, die Pro-Wein, schon vorüber. Ich habe am 17. März die Pro-Wein besucht. Und dazu wird es eine Sondersendung geben. Das habe ich dann zu dem Zeitpunkt schon auf Facebook entsprechend veröffentlicht. Und da versuche ich mal einfach so einen Messebesuch für euch mit einzufangen, wie sowas abläuft, was man da macht, wen man trifft und wie dann so der ganze Tag an sich verläuft. Ich habe da ein paar Seminare gebucht, wie es so üblich ist für so eine Messe. Und die wird man wahrscheinlich nicht mitschneiden dürfen. Aber ja, ich bin mal selber gespannt, was man da aus den Aufnahmen, die ich dann zur sukzessive dort machen werde, draus machen kann. Kurz nach der Pro-Wein, am 23. ist, sind wir dann auch schon im Urlaub. Wir machen nochmal zehn Tage Urlaub in Portugal. Da bin ich mal nochmal gespannt, was das weintechnisch dann nochmal bringt. Werde euch dann natürlich in Folge sieben dann davon berichten. Ein großer Schritt war jetzt auch am 25. Februar. Dort habe ich, an dem Tag habe ich nämlich mit meinen Interviews begonnen. Und zwar in Kalifornien. Um genau zu sein in Sonoma und Napa Valley. Habe mich dort insgesamt mit drei Leuten getroffen. Die Interviews, ja, jeweils so ein bisschen über eine Stunde. Mir hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch, die Interviews sind ganz gut gelungen. Das liegt aber auch in erster Linie an den kompetenten und vor allem auskunftsfreudigen Gesprächspartnern. Ich werde jetzt noch das eine oder andere noch aufnehmen, weil die drei Interviews sind jetzt vielleicht nicht besonders gut geeignet zum Start. Aber die sind jetzt schon im Kasten. Und wann ich die jetzt dann veröffentliche, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt noch zwei, drei andere Leute im Hinterkopf, mit denen ich dann auch gerne die Ausstrahlung beginnen möchte. Dann bliebe für mich jetzt noch die Frage, und da bin ich auch wieder auf euer Feedback angewiesen, wie wir es denn halten wollen mit den Interviews in Bezug auf die Ausstrahlung. Wir haben ja jetzt die Seminarsendungen, würde ich sie jetzt mal nennen, die Verkostungssendungen alle drei Wochen. Jetzt bestünde die Möglichkeit, dass die Interviews außer der Reihe quasi gemacht werden oder sich einreihen sollen in den dreiwöchigen Turnus. Und damit gäbe es natürlich dann größere Unterbrechungen zwischen den Seminar- oder Verkostungssendungen. Ich persönlich würde es eigentlich gerne so halten, dass die Seminarsendungen alle drei Wochen sind und die Interviews in unregelmäßigen Abständen zusätzlich dazukommen. Hat aber das kleine Problem, dass mein Podcast-Hoster und auch die Firma, die die Post-Production des Podcasts macht, bei so viel Bearbeitungszeit auch größere Preise aufrufen. Um das ein bisschen abzufedern, überlege ich gerade, ob ich nicht so einen Donation- oder Spenden-Link einbauen soll in die Shownotes, damit ihr euch, wer Lust hat natürlich, der Podcast wird selbstverständlich auch in Zukunft weiterhin kostenlos bleiben, aber wer ein bisschen Lust hat, mir unter die Arme zu greifen und mich bei den Erstellungskosten etwas zu entlasten, kann das ja gerne über den Amazon-Affiliate-Link machen oder eben über den Donation-Link für Ophonic. Das ist der Post-Production-Anbieter für den Podcast. Schreibt mir einfach mal, wie ihr die Sache seht, wie angemessen ihr es findet, euch zu spenden, aufzurufen. Wenn ihr das nicht möchtet, ist auch kein Problem, dann glaube ich, tendiere ich dazu, dann die Sendungen mit den Interviews in den drei Wochen Rhythmus einzupflegen und dann gibt es einfach ein bisschen mehr Abstand zu den Einverkostungen. Und dann gab es noch eine kleine Änderung und zwar hat Apple vor kurzem ein paar E-Mails rausgehauen bezüglich Postcard-Erstellung, Marketing, Hosting etc. Und dort ist wieder zur Ansprache gekommen, wie man am besten seine Episoden benennt. Ich habe es ja jetzt bisher so gemacht, dass der Podcast-Titel auch der erste Teil des Episodentitels war. Das hat dazu geführt, dass es natürlich relativ lange Titel waren und der eigentliche Episodentitel an der einen oder anderen Stelle auch dann gar nicht zu lesen war, was natürlich unschön ist. Aber es hat den großen Vorteil gehabt, dass in jedem Episodentitel Wein das erste Wort war und damit für die Suchalgorithmen ganz gut geeignet war eigentlich. Das werde ich jetzt in Zukunft ändern. Der Podcast-Titel wird in den Episodentiteln nicht mehr auftauchen, sondern, wie es andere Podcasts auch machen, ich werde die Abkürzung des Podcastes verwenden mit der laufenden Nummer. Also beginnend mit dieser Folge, wie ihr dann schon gesehen habt, wird der Titel der Episode dann sein Wein, der schäumt, Teil 1 von 3, WVLG 006. Also WVLG ist dann die Abkürzung für Weinverstehen leicht gemacht. Ich persönlich bin jetzt auch nicht wahnsinnig happy damit, weil die Abkürzung WVLG einfach super sperrig ist. Aber so richtig was Kluges ist mir da jetzt auch noch nicht eingefallen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Stelle, wo man in Zukunft wahrscheinlich dann wieder ein bisschen schrauben kann. Ja, das wäre es jetzt von meiner Seite. Von der Hausmeisterei und dann würde ich sagen, starten wir dann gleich mit den drei Key Facts und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Reinhörn dieser Episode. Die drei Key Facts zur Episode Wein, der schäumt, Teil 1 von 3 wären Erstens, Schaumweine entstehen aus sogenannten Grundweinen, in denen CO2 bzw. Kohlensäure gelöst wird. Key Facts 2 ist, die Kohlensäure kann entweder zugesetzt werden oder entsteht während der Zweitgärung oder während der Erstgärung. Und Key Facts 3 ist, unterschieden wir zwischen Schaum und Perlwein anhand der Produktionsmethode bzw. des Flaschendruckes. Da der Bereich Schaumwein natürlich wieder ein Riesengebiet ist und sich in vielen Aspekten ja schon deutlich unterscheidet von Stillweinen, möchte ich euch heute schon wieder zumuten, etwas mehr Theorie auf die Ohren zu bekommen. Anfangen möchte ich mal mit dem Fakt, dass Deutschland weltweit der größte Markt für Schaumwein ist. Nirgendwo wird so viel perlender Wein getrunken wie in Deutschland und hier an der Stelle, glaube ich, muss man gleich vorneweg mal sagen, Schaumwein ist im Prinzip ein Oberbegriff für schäumende Weine, aber eben auch wird unterschieden zwischen Perlwein und Schaumwein. Was das ist, komme ich gleich drauf. Meistens ist es leider Gottes aber so, dass bei den billigen Produkten die Grundweine oft aus Italien kommen. Italien ist einer der größten Produzenten von billigem Massenwein und der wird dann in Deutschland importiert für die Schaumwein-Produktion. Die Idee dahinter ist einfach, ein Sekt anzubieten im unteren Preissegment und die Idee dabei ist, dass man durch Verschneiden von verschiedenen Grundweinen eine gleichbleibende Qualität sicherstellen kann und ehrlich gesagt kommt es mir so vor, dass es manchmal auch so ausschaut, als ob die Idee dahinter steht, dass man, dass es auch bei den Grundweinen gar nicht so sehr auf die Qualität ankommt, was natürlich nicht stimmt und das wissen die Hersteller auch, aber es gibt natürlich Mittel und Wege durch die zusätzlichen Produktionsschritte beim Schaumwein, dass man die einfache Qualität der Grundweine vielleicht etwas übertünchen kann, würde ich mal so sagen. Wer das vermeiden möchte, der muss auf das Etikett ein bisschen genauer schauen. Es gibt nämlich die geschützte Ursprungsbezeichnung deutscher Sekt und wenn das draufsteht, dann darf der Grundwein eben nur aus Deutschland herkommen, aus den qualifizierten Anbaugebieten und damit macht man auf jeden Fall schon mal einen großen Qualitätssprung, würde ich sagen. Dann bleibt noch die Frage zu klären, was der Unterschied zwischen Perlwein und Schaumwein ist beziehungsweise wie Sekt definiert ist. Bei Perlwein ist es so, da ist die Anforderung, dass es mindestens sieben Prozent Alkohol in der Flasche sein müssen und der Flaschendruck darf 2,5 Bar nicht überschreiten und oftmals ist die Kohlensäure eben zugesetzt wie bei Limonade und entsteht oftmals nicht durch eine Gärung. Beim Sekt ist es wiederum so, der braucht mindestens 3,5 Bar in der Flasche und muss mindestens 10 Prozent Alkohol haben und wenn das der Fall ist, dann trifft auch hier eben die Sektsteuer zu, die 1,02 Euro pro Flasche ausmacht. Die fällt bei Perlwein eben nicht an, deswegen ist es auch möglich, Perlweine deutlich günstiger anzubieten als Sekt. Ein Schaumwein generell ist so, dort ist eigentlich das Hinzufügen von der Kohlensäure nicht erlaubt, da muss die Kohlensäure zu 100 Prozent aus einer Gärung entstehen. Das führt uns dann automatisch zu der Frage, wie kommt die Kohlensäure in den Sekt? Dort gibt es mehrere Verfahren, die zur Anwendung kommen und die letzten Endes maßgeblich auch für den Preis verantwortlich sind, die der Schaumwein dann letzten Endes kostet. Als einfachste und günstigste Variante ist die sogenannte Karbonisierung. Damit meint man eben das Zusetzen von exogener Kohlensäure, also von technischer oder künstlich erzeugter Kohlensäure. Und das wiederum ist wie gesagt für die Sektherstellung nicht zugelassen. Dann gibt es die Tankgärung, das heißt der Wein gärt in einem druckdichten Stahltank und durch das das bei der Gärung entstehende CO2 nicht aus dem Tank heraus kann, steigt zunächst der Druck und mit zunehmendem Druck löst sich auch immer mehr CO2 in dem Wein und wird auf diesem Weg dann quasi zur sogenannten Kohlensäure, was ja nichts anderes ist wie wassergelöstes Kohlendioxid und das ist die günstigste Variante für Kohlensäure aus der Gärung. Das wird auch Schamart verfahren, nach dem französischen Chemiker, der das entwickelt hat, genannt und wenn nichts auf der Flasche steht bezüglich dem Verfahren, wie die Kohlensäure in den Wein kam, dann handelt sich es eigentlich meistens um die Tankgärung. So ein Zwischending, was es dann gibt, ist das sogenannte Transvasierverfahren. Das gibt es seit den 1950er-Jahren und zwar gärt dort der Wein zum zweiten Mal in speziellen Gärflaschen. Damit darf auf dem Wein eben auch Flaschengärung stehen. Das ist aber dann nicht zu verwechseln mit dem Champagnerverfahren, wo ich gleich nochmal drauf komme, sondern der Wein gärt in Flaschen, bildet da das CO2 und den entsprechenden Druck. und hat da natürlich dann auch die Möglichkeit die gewollten Hefearomen durch die Flaschengärung zu bilden. Aber die Gärflaschen werden dann in einen Tank entleert, der unter Druck steht. Damit verliert man das CO2 nicht und der Wein wird dann abfiltriert und nicht degauchiert, wie es beim Champagner ist. Was das ist, kommt dann bei Folge 7 genauer dran. Das heißt, die Hefe wird aus dem Sekt oder Schaumwein dann herausfiltriert. Teuerstes, aufwendigstes, aber auch qualitativ hochwertigstes Verfahren ist die sogenannte traditionelle Flaschengärung beziehungsweise das Champagner Verfahren. Da Champagner in der nächsten Folge kommt, werde ich euch an der Stelle das dann nochmal genauer erklären, was es mit dem Champagner Verfahren auf sich hat. Ein wichtiger Punkt bei den Schaumweinen ist noch die Geschmacksrichtung, also wie trocken oder halbtrocken. Das gibt es ja beim Stillwein auch, allerdings sind die Grenzen für den enthaltenen Restzucker deutlich andere. Das liegt daran, dass die Grundweine, die bei der Versektung verwendet werden, alle generell eine deutlich höhere Säure haben wie Stillweine und somit, wie ich schon öfters gesagt habe, die Säure-Zucker-Balance eingestellt werden muss, entsprechend der beabsichtigten Geschmacksrichtung bedarf es beim Sekt einfach mehr Zucker um das ähnliche Mundgefühl in Bezug auf die Geschmacksrichtung zu erzeugen. Da gibt es verschiedene Begriffe, zum Beispiel Naturherb, da wird so gut wie gar kein Zucker mehr zugesetzt, das wäre 0 bis 3 Gramm Restzucker, Extrabrüt liest man deutlich häufiger, dort wären es 0 bis 6 Gramm Restzucker, Brüt oder Herb ist dann 0 bis 12 Extra 3 ist auch eine ganz bekannte und beliebte Geschmacksrichtung, dort wären es 12 bis 7 Gramm und Trocken beim Schaumwein bedeutet 17 bis 32 Gramm und zur Erinnerung bei Stillwein hört er Trocken bei 9 Gramm schon auf, Halbtrocken geht von 32 bis 50 Gramm und bei über 50 Gramm spricht man dann von mild so dann würde ich sagen genug der Theorie widmen wir uns unseren zwei Schaumweinen heute als Vorbereitung vielleicht noch ganz kurz obwohl wir heute Schaumweine im Glas haben verwenden wir die ganz normalen Verkostungsgläser wie in den letzten Sendungen auch das ist ganz üblich weil die Verkostungsgläser einfach ideal sind zum Erschnuppern der Aromen die besondere Form des Sektglases ergibt sich ja daraus dass das Glas so beschaffen sein muss damit möglichst lange die Kohlensäure im Schaumwein erhalten bleibt deswegen hat man eigentlich in aller Regel relativ schmale Gläser oft ist es auch so dass die speziellen Schaumweingläser einen sogenannten Musierpunkt am Boden haben man spricht bei dem Schaum im Schaumwein oder auf dem Schaumwein auch oft von Mus oder Perlage und damit die Perlenbildung konzentriert an einer Stelle stattfindet sind diese Gläser oftmals angeritzt am Boden und dort steigen dann die meisten Blasen auf und das ist der sogenannte Musierpunkt die Weine an sich würde ich euch empfehlen ganz normal wieder aus dem Kühlschrank zu holen bei 7 bis 8 Grad weiße Unterlage wie immer und zwei Gläser weil wir die Weine dann auch wieder parallel verkosten werden und ja da würde ich sagen wir legen jetzt gleich los mit der Verkostung und ich gehe die Weine holen so dann bin ich wieder hier mit den zwei heutigen Flaschen also ich hocke hier allein im Raum mit zwei Flaschen und ja direkt aus dem Kühlschrank wie gesagt und ich würde sagen wir schauen uns jetzt als erstes einfach mal die Flaschen als solches an weil natürlich die Schaummeinflaschen sich auch nochmal grundsätzlich unterscheiden und ein paar Merkmale aufweisen die typisch sind für sie zunächst mal natürlich zum Flaschenverschluss den Sekko den wir heute haben von Castell den Frenzi den gibt es schon mal in zwei unterschiedlichen Verschlüssen zu bestellen finde ich schon mal sehr witzig und zwar einmal aus Schraubverschluss und einmal mit Naturkork mit so Paketschnüren drumherum kostet beide dasselbe und ich glaube das macht von der Qualität auch keinen großen Unterschied weil nämlich das ist auch schon mal ein wichtiger Aspekt die meisten Schaumweine abgesehen spontan fällt mir jetzt nur Jahrgangschampagne ein sind eigentlich gemacht zum sofortigen Verzehr das hätte eigentlich auch eine Keynote von Keynote ein Keyfact von heute sein können die meisten Schaumweine profitieren eigentlich nicht durch ein zusätzliches Flaschenlager wenn man sie kauft sind sie trinkfertig und auch auf ihrem Höhepunkt ich glaube es macht deswegen auch keinen großen Unterschied ob der Secco einen Schraubverschluss oder diesen Naturkorken mit Paketschnur drumherum hat ich habe es euch trotzdem mal fotografiert das findet ihr dann bei Instagram und ich per Zufall muss ich sagen eigentlich jetzt mir hier diesen Naturkork gekauft den muss man dann auch mit einem Korkenzieher ganz normal öffnen weil wie gesagt der Flascheninnendruck bei Secco ist nicht so hoch wie bei Sekt und es ist auch eine gesetzliche Auflage dass der Verschluss oder die Flaschen Ausstattung wie man da sagt nicht zu verwechseln sein darf mit Sekt also dieses Drahtkörbchen wie jetzt der Obmann Sekt hat mit dieser Alufolie außenrum den Drahtkörbchen und diesen Pilzkorken das ist dem Sekt vorbehalten und deswegen würde man diese Art des Verschlusses bei Secco nicht finden wenn ein Hersteller für Secco diesen Sekt Verschluss verwenden möchte um vielleicht im Weinregal beim Einzelhändler hervorzustechen und vielleicht eine höhere Qualitätsanmutung damit beabsichtigt dann wird auch hier die Sektsteuer fällig das heißt deswegen wird es nicht so häufig vorkommen weil natürlich der Preisvorteil von 1 Euro im unteren Preissegment von Secco gegenüber Sekt natürlich unschlagbar ist und den möchte man sich natürlich auch nicht nehmen lassen als als zweites bei den Flaschen fällt generell auf bei Schaumwein noch mehr wie bei Perlwein dass die Flaschen insgesamt alle stärker sind vom Glas in der Regel hat Schaumwein eine stärkere Glaswand von der Flasche wie normale liegt natürlich daran auch an dem Flascheninnendruck und wenn man jetzt eben ein Sekt hat wie wir der in der Flasche gegoren ist dann muss die Flasche natürlich auch während den ganzen Produktionsprozesses und des Transportes bei möglicherweise höheren Außentemperaturen sogar dem Flascheninnendruck standhalten deswegen sind Sektflaschen auch so schwer und rein aus statischen Gründen ist bei Sektflaschen auch der Flaschen Boden nach innen gewölbt es gibt der Flasche dann nochmal zusätzliche Stabilität bei Billigsekten gibt es auch Sektkorken aus Plastik das schaut zwar normal aus ist aber kein Naturkork sondern ein Plastikkork das geht dann auch bei Sekt und der Fachbegriff für dieses Drahtkörbchen ist Agraf kommt aus dem Französischen und damit meint man dieses Drahtkörbchen ja dann würde ich sagen wir fangen einfach mal an ich habe die Paketschnur schon aufgeschnitten und werde jetzt versuchen mit dem Winzermesser den Naturkorken noch aus der Flasche zu holen wenn der oben jetzt breiter gefasst wäre dann könnte man auch versuchen den Korken ähnlich wie beim Sekt aus der Flasche einfach raus zu ziehen das ist schon mal ein schönes Geräusch da freue ich mich jetzt auch drauf ich werde jetzt gleich dann auf dieses bescheidene Wetter anstoßen also ich nehme heute am 14 März auf und es stürmt und regnet das einem wirklich graust raus zu gehen zum Glück habe ich jetzt bald wieder Urlaub und werde mir dann die Sonne noch mal genauer anschauen so zurück zum Wein die Flasche ist offen ich schenke die in normalen Verkostungsgläser einfach mal einen guten Schluck ein die Verkostung von Schaumweinen ist jetzt insofern ein bisschen anders weil natürlich das Schwenken zum Erfassen der Aromen in der Nase eigentlich nicht nötig ist die Kohlensäure die jetzt ausgast die sorgt nämlich von alleine dafür dass die Aromen aus der Flüssigkeit heraustreten können deswegen ist das Schwenken eigentlich überflüssig kann man trotzdem machen nur nicht zu viel weil dann verliert der Wein natürlich die Kohlensäure und das Wichtige jetzt beim Verkosten von Schaumwein ist die zusätzliche Komponente die Perlage oder das Mousse also das Schäumungsverhalten des Schaumweines das ist eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal vom Schaumwein logischerweise und das gilt jetzt natürlich auch zusätzlich zu den Kategorien die wir bisher verkostet haben noch mit aufzunehmen gut ja man merkt es auch sofort der Wein verströmt quasi sein Aroma bereitwillig in den Raum man kann schon mal sagen dass die Aromatik ziemlich intensiv ist in der Nase ich habe wie gesagt jetzt normale Verkostungsgläser genommen sind natürlich ein bisschen zu breit zum normalen Genuss die Perlage war am Anfang etwas stürmisch beim Einschenken das kann jetzt aber auch im Einzelfall natürlich mit der Sauberkeit des Glases zusammenhängen oder was vorhin schon drin war insgesamt ja kleine Perlen und eher verhaltene Perlage würde ich sagen von den Aromen her ja also gelbfruchtig würde ich sagen das erste was ich in der Nase habe sind eigentlich Pfirsiche ein bisschen weißer Johannisbeer vielleicht was Frisches hat er auch ja vielleicht so ein Hauch Limette noch dann schwenken wir es mal und schauen mal ob sich noch mal ändert ja dann rührt man eigentlich hauptsächlich die Kohlensäure auf das wollen wir ja eigentlich nicht ja also ändert sich erwartungsgemäß nicht viel weil durch die Kohlensäure natürlich im Prinzip der Wein von Haus aus schon geschwenkt ist und die Aromen es viel leichter haben hier aus dem Wein hervor zu treten von der Farbe her es ist ein blasses zitronengelb ja mehr kann man dazu eigentlich jetzt gar nicht sagen er ist natürlich fehlerfrei schlierenbildung hat man mangels nebenprodukten von der vergärung eigentlich so gut wie nie beim schaum wein oder ich habe es eigentlich noch nie gesehen der Wein ist natürlich klar das kommt auch durch die Produktions methodik es gibt spezielle schaumweine die eine gewisse trübung haben aber im grunde will man bei normalen schaumweinen eigentlich einen klaren Wein haben dann probieren mal also auffällig ist finde ich für ein secco die feinperlige mousse der ganze mund füllt sich eigentlich mit schaum das ist aber ein sehr angenehmes gefühl mich spricht das eigentlich sehr an ich bin auch von der feinkörnigkeit der blasen eigentlich positiv überrascht im direkten vergleich werden wir jetzt aber gleich sehen dass die Dauer der Perlage was auch ein wichtiges Qualitätskriterium ist ein bisschen kurz ausfällt das ist aber qualitätstypisch und für diesen Preis auch völlig in Ordnung natürlich gibt es deutlich günstigere Secco aber die Grundwein Qualität die ist meiner Meinung nach schon sehr hoch die Perlage für einen Secco auch sehr hoch und damit sind man natürlich mit 8 Euro schon deutlich im Sekt Bereich aber man sieht und deswegen habe ich diesen Secco auch gewählt dass Secco ein durchaus qualitativ hochwertiges Getränk sein kann und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu Unrecht in der Billig Ecke steht sage ich mal so also die Mousse und Perlage feinkörnig aufbrausend aber mittel lang eher kurz vielleicht die Pfirsich kommt wieder deutlich durch eine leichte Cremigkeit hat der Secco für mich auch er hat natürlich einen schlanken Körper relativ viel Säure im Vergleich mit dem Stillwein aber nicht übermäßig viel die Resthüse ist gut eingestellt was schreiben die denn hier drauf schauen wir mal wie sie es benennen da steht gar nichts drauf ja also ich denke mal für Schaumwein ist es durchaus als trocken zu bezeichnen und er kommt locker mit einem schlanken Fuß daher hat auch nur 10,5 Prozent Alkohol und ich würde sagen es ist einfach ein idealer Aperitif im Sommer Essensbegleiter zum Vorspeisensalat oder auch einfach mal so wenn man Lust hat etwas leichtes am Nachmittag zum Anstoßen denke ich ist das sicherlich eine Sache die ganz gut funktionieren würde dann behalte noch mal einen Schluck drin von dem Sekko und wir machen mal die zweite Flasche auf den Sekt im direkten Vergleich man macht in der Regel immer zunächst einmal die Alufolie oben weg dann wird das Drahtkörbchen die Agraf aufgedreht und herausgenommen da ist natürlich jetzt immer der Trick dabei wenn die Flasche mit zu hohem Druck hat dass nicht der Korken schon rausschießt deswegen immer einen Daumen oben halten und eine Sektflasche oder Champagnerflasche macht man so auf man hält oben den Korken und dreht die Flasche und nicht den Korken das so macht es der Profi und zwar schön langsam das Schnalzen oder Knallen oder Ploppen wie man manchmal boah der geht aber schwer raus hier hört das ist eigentlich mehr ein Show Effekt und tut dem Wein eigentlich nicht gut weil wie gesagt wir haben ja hier mindestens 3,5 bar und der Wein muss und der Wein bisschen schonend an den neuen Umgebungsdruck gewöhnen und nicht gleich alle Kohlen auf einmal verlieren ihr hört es vielleicht der schäumt schon auch ganz anders in der Flasche ich halte mal das Mikrofon bisschen näher ran weiß nicht ob das rüber kommt muss mal schauen wie das dann in der Post Production noch übrig bleibt aber die Flasche an sich hat natürlich schon eine hochwertige Anmutung vom Gewicht her würde ich sogar sagen ist vielleicht die Secco Flasche sogar ein bisschen schwerer finde ich auch mal so ein schönes haptisches Erlebnis wenn die Flasche nicht schon ultra dünnwandig und leicht ist und vielleicht noch so einen super billigen Schraubverschluss hat das macht schon einfach mehr Spaß von Anfang an die Meindern zu trinken normalerweise hält man die Flasche so man tut den Daumen unten in den Flaschenboden und mit ausgestreckten Fingern klemmt man die Flasche ein und kießt dann ohne die Flasche am Hals zu greifen kießt man etwas ein so schaut das dann eigentlich halbwegs professionell aus ja am Klang hört man schon dass ist wenn ihr jetzt ins Glas schaut im direkten Vergleich seht ihr auch die Schaumbildung ist auch eine andere man hat deutlich mehr Blasen aufzusteigen im Glas wie jetzt beim Sekco das erwartet man auch und das ist das für was man unter anderem auch mehr zahlt farblich ist der Sekt auch dunkler von Hersteller auf der Herstellerseite findet man auch die Angabe dass es sich um einen riesling dominierten Sekt handelt das ist jetzt sehr typisch für Deutschland allgemein für Franken ist das auch nicht ungewöhnlich aber da gibt es natürlich auch ganz tolle Sekte aus Silvana dann riechen wir mal ungeschwenkt rein ja und hier hat man natürlich das was mir jetzt besonders gut gefällt es ist halt nicht diese überbordende Frucht kann auch schön sein aber was halt Sekt uns besondere durch die Flaschengärung auszeichnet ist einfach die zusätzliche Nuance von der Hefe diese leichte Weißbrotgeruch Prioche das etwas Hefige eben das ist eine zusätzliche Komponente eine weitere Dimension an Geschmacksnuancen die uns Schaumweine insbesondere aus der Flaschengärung bieten weil dort der Wein längeren Kontakt hat mit der Hefe da gehe ich aber dann beim nächsten Mal nochmal genauer drauf auf einmal was es damit auf sich hat wenn wir den Champagner besprechen der Wein ist insgesamt auch ein bisschen zurückhaltender in der Nase verströmt eigentlich auch frische Geradlinigkeit Eleganz ein bisschen Frucht kommt hinten nach vordergründig waren jetzt erstmal die Hefe Aromen jetzt kommt aber immer mehr auch die Frucht durch dann schwenkt man es mal und schauen ob sich ändert ja man ihr hört es wahrscheinlich schon bei jedem Schwenk schäumt der Wein auf und deswegen soll man das eigentlich beim Schaumwein auch gar nicht so sehr machen es ist auch hier wieder ähnlich es tut dann probieren wir mal einfach einfach lecker was hier jetzt auffällt ist die Säure ist knackiger das liegt höchstwahrscheinlich am Riesling der Wein ist aber auch extra dry wie es auf der Flasche steht also laut Datenblatt 17 Gramm im Stillwein wäre man da natürlich schon im halbtrocknen Bereich aber der hat natürlich auch mehr Säure deswegen verträgt er auch mehr Zucker das haben wir jetzt schon öfters besprochen die Mousse ist noch fein perliger hält auch länger an und bleibt eigentlich so lange im Mund erhalten bis der Wein auch die Mundhöhle verlässt die Frucht ist sage ich mal auch eleganter ich probiere es nochmal ich finde auch hier Pfirsich ein bisschen gelber Apfel vielleicht Citrus frische also ich finde die Herkunft des Grundweines oder des Ausgangsmaterial des Grundweines die Rebsorte Riesling ist hier schon zu erkennen ist aber erweitert durch die Hefearome die stehen jetzt nicht wahnsinnig im Vordergrund es ist eher so ein es bildet eher so einen leichten dezenten Hintergrund der sich da einstellt die Frucht ist natürlich nicht so dominant und vordergründig wie jetzt beim Secco aber es macht eben die elegante Balance hier jetzt hatten wir es ja schon beim letzten Mal das Balance viele Kriterien hat oder viele Dimensionen wo man auf die Balance achten kann beim Schaumwein ist es eben auch noch so es kommt noch die Balance zwischen den Hefearomen und der Frucht dazu und hier finde ich ist es eigentlich so der Wein ist halt eher ein eleganter zurückhaltender Vertreter mit einer feinen Riesling Aromatik nach Pfirsich gelber Apfel ein bisschen Zitronenfrische natürlich noch und das ganze schön hintermalt durch eine sehr feine und zurückhaltende Hefearomatik das ganze gepaart mit der sehr feinkörnigen und lang anhaltenden Mousse ja das ist das was eigentlich ein Sekt von mittlerer oder leicht oder obere mittelklasse würde man vielleicht sagen beim Auto einen guten deutschen Sekt für mich ausmacht also ich finde den durchaus lecker für mich könnte es auch ein bisschen trockener noch sein ich mag das gerne ich trinke auch ganz gerne Zero Dosage Schaumweine das ist dann richtig knackig aber der ist durchaus lecker also ich denke wenn man jetzt sich überlegt an Feiertagen an Silvester wann auch immer ich denke mit diesem Sekt werden die meisten Gäste einfach zufrieden sein was anfangen können und ich würde sogar so weit gehen dass die meisten normalen Gäste wenn man so sagen will durchaus angetan wären von der Qualität des Weines des Schaumweines 12% anderthalb Prozent mehr kommt jetzt natürlich auch daher zum Tragen dass der Wein einfach eine Zweitgärung durchgemacht hat da steigt natürlich nochmal der Alkoholgehalt und Ursprungsbezeichnung deutscher Sekt da hatte ich ja schon drauf hingewiesen somit ist sichergestellt dass der Grundwein die Trauben oder der Most einfach aus deutschen Landen kommen wir haben jetzt hier einen Preisunterschied von etwa 4,50 Euro also wir legen da nochmal mehr als 50% gegenüber den Seko auf es ist jetzt natürlich immer die spannende Frage kriegt man für 50 60 Prozent mehr Geld auch 60 Prozent mehr Genuss das muss zunächst mal jeder für sich beantworten aber ein Seko ist nun mal ein Seko und wir hatten heute würde ich sagen einen sehr überdurchschnittlichen Vertreter davon und einen gut gemachten sehr typischen deutschen Sekt mit Flaschengärung da verhalten sich einfach die Preise so und es ist jeder das was es nun mal ist und für diesen Sekt muss man einfach 12 Euro zahlen und das ist auch angemessen und gut so und man merkt aber dass durch die zusätzliche Dimension der Hefearomatik der lang anhaltenderen Mousse und den Hefearomaten natürlich auch fürs Geld noch was on top obendrauf kommt ich bin wie immer sehr gespannt wie euch die Weine gefallen haben ob ihr gerne Schaumweintrinker seid und ja dann freue ich mich von euch zu hören und ich stoße jetzt wie gesagt nochmal auf das hervorragende Wetter heute an und dann geht es gleich weiter mit der Buchempfehlung so dann kommen wir jetzt schon zur Buchempfehlung dieser Ausgabe vorneweg noch ganz kurz ich werde mich jetzt nachdem die Basics ja so ein bisschen abgeschlossen sind bemühen euch Bücher empfehlen die thematisch ein bisschen näher an dem Episodenthema sind bisher war es ja noch fast egal wir hatten ja nur die Grundsätze besprochen und entsprechend grundsätzlich oder grundlegend waren die empfohlenen Bücher auch und in Zukunft werden die Themen ja jetzt immer spezieller und das bietet sich dann auch einfach an ein Buch zum jeweiligen Sendungsthema zu empfehlen heute deswegen ein Buch was ich um Schaumweine dreht und zwar heißt es 101 Champagner Sekt und Co die man probiert haben muss das Buch ist insofern spannend weil es natürlich viele bekannte Schaumweine enthält mit großen Namen aber auch einige Raritäten bespricht und ich finde so Bücher immer ganz toll einfach deswegen weil die Bücher eine Idee davon geben wie hoch die Fahnenstange ist in Bezug auf Qualität sprich wenn man natürlich dort die ganzen Kracher mal probiert hat und sei es auch mal nur ein Glas dann kann man einfach besser nachvollziehen von was die Leute sprechen wenn sie zum Beispiel Krug das Champagnerhaus Krug nennen um Champagner zu beschreiben wo der Grundwein im Holzfass gegärt ist das ist natürlich schon ein bisschen was Spezielles aber man muss es eben einfach mal probiert haben um zu wissen welche Geschmacks Nuancen sich da eben herausbilden und das Buch gibt einen ganz guten Überblick über die tollsten Weine die schäumen das Buch kostet 13 Euro hat ungefähr 240 Seiten und ist eine ganz schöne Lektüre für Leute die ein bisschen tiefer in das Thema Schaumwein einsteigen möchten so der Wein der Woche kommt dieses Mal wieder aus USA ich habe euch erzählt ich war Ende Februar in San Francisco und habe dort die Interviews aufgenommen und da gibt sich natürlich immer die Möglichkeit auch Weine insbesondere von der Westküste zu probieren oder Flaschen zu kaufen die in Deutschland schwer zu beziehen sind ich glaube ich habe es schon mal erwähnt ich finde zum Beispiel das Weinmagazin Winespectator ganz gut die Top 100 die einmal im Jahr dann im Dezember herauskommen finde ich eigentlich ganz praktisch und dort weil es halt ein US Magazin ist finden sich natürlich auch viele Weine aus USA wieder die bei uns eigentlich nicht zubeziehen sind und wenn schon dann natürlich mit einem erheblichen Aufschlag wie im Heimatmarkt das heißt ich nutze meine Aufenthalte in der USA ganz gerne um dann auch eben lokale Weine zu probieren dieser Wein den ich euch heute empfehlen möchte der nennt sich Saint Michel Merlot Cannell Ridge Estate aus 2013 es handelt sich dabei um einen Merlot wie gesagt und die Herkunft ist nicht Kalifornien deswegen habe ich bewusst Westküste gesagt sondern aus Washington State also der nordwestlichste Bundesstaat abgesehen von Alaska und dort wird das Klima natürlich immer kühler und das ist im Grunde einfach eine Region die mittlerweile mit mehr Los von sich reden macht weil dort einfach das Klimata unter Boden ganz gut passt der Wein selber hat in einem Merlot Vergleich in der österreichischen Zeitschrift Fallstaff mal auch sehr gute Noten bekommen Washington State an sich ist natürlich relativ unbekannt aus Herkunftsregionen ich würde sagen es ist wahrscheinlich an dritter Stelle qualitativ und auch quantitativ zu sehen qualitativ ist natürlich immer ein bisschen schwierig aber von der Produktionsmenge her kommt erst Kalifornien ich glaube dann Oregon und dann eben Washington State der Wein für mich mit einem Wort ist zu sagen ist aber einfach super lecker er ist sehr konzentriert er hat eine sehr schöne Intensität die Länge ist hervorragend wer Merlot mag der den kann man nur ihm den Wein mal ans Herz legen zum Probieren im Augenblick gibt es eben den 2013er Young bei uns zu kaufen das heißt der geht jetzt ins sechste Jahr auf der Flasche ist absolut trinkreif aber hat natürlich auch noch ein bisschen Potenzial ist sehr typisch nicht ganz so zurückhaltend natürlich wie europäische Mellows wir sind ja auch wie gesagt in der neuen Welt aber für mich ist das eigentlich sehr hohe Kunst und spiegelt eigentlich die Charakteristik von Merlot sehr gut wieder Saint-Michel an sich ist aber ein sehr großer Hersteller das steht aber wie man jetzt hier sieht eigentlich nicht im Widerspruch zu der Qualität des einzelnen Weines in den Shownotes findet ihr wieder einen Link zur Bezugsquelle und wie immer gilt ich freue mich sehr über eure Rückmeldung wie ihr den Wein fandet wenn ihr ihn selber probiert hat so dann verrate ich euch noch die beiden Weine für Episode 7 die dann am 13. April 2019 erscheinen wird wir brauchen für das nächste Mal einen Prosecco am besten aus Venezien Italien logischerweise und zwar aus dem Tankgärungsverfahren also das heißt es müsste etwas wie Methodo Schamart oder ähnliches auf der Flasche stehen oder halt auch einfach in der günstigeren Variante kann auch ein frizantes sein ich werde den Astoria Casa Diletta Spumante Brüt Methodo Schamart verwenden für 8,50 und dann brauchen wir noch einen Champagner natürlich aus Champagner der Name ist ja geschützt und da geht es natürlich wieder ein bisschen ins Geld deswegen empfehle ich euch und ich werde es auch machen eine kleinere Flasche zu kaufen entweder eine halbe Flasche oder oftmals gibt es auch 0,2 Liter das reicht ja auch zum verkosten ich nehme den Champagner Duval Leroy Brüt Reserve 0,2 Liter gibt es dann für 15 Euro beide Weine bei Belvini zu beziehen die Links wie immer auch in den Shownotes So dann sind wir auch schon wieder beim Ende unserer ersten von drei Folgen zum Thema Schaumweine ich habe mich auch entschieden jetzt das Recap am Ende weg zu lassen ich habe die Kapitelmarken gesetzt wer nochmal die Quintessenz der Episode nachhören möchte kann natürlich ganz einfach bei seinem Podcast Player dann an der entsprechenden Stelle einspringen deswegen würde ich das Recap am Ende jetzt einfach gerne weglassen die zwei drei Minuten nutze ich dann vielleicht auch um etwas ausführlichere Weinbeschreibungen zu machen ich hoffe euch hat die Sendung sehr gefallen ihr habt Lust und Laune die Schaumweine selber zu probieren ich drücke euch die Daumen dass ihr gut durch die Faschings Zeit gekommen seid wünsche euch jetzt eine gute Einstimmung auf die Osterzeit wir hören uns dann am 13. 4. wieder an dieser Stelle bis dahin wünsche euch alles Gute leckere Weine wie immer und schicke euch genussreiche Grüße aus München euer Florian Tschau Servus